Ich höre nicht zu. Wollte ich daran. Ich höre nicht zu. Sonst sind er nicht zu. Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Ich höre nicht zu. Meine Waffen war richtig schön. Wo sagt er? Mein Oulot, der ist gleich schon schön. Sehr herpassen. Ich muss noch bisschen warten. Wir müssen zusammenflickern. Wird da noch mehr. Ressourcen scheu. Ja, wir waren das wieder. Ihr wieder. Der Rotzliefel vom Dienst. Moment. Wo am innen? Gleich vor der Ona rein. Der schwarze Lotus. Warte auf. Zock in die Basis. Alles klar? Ich zerquetsche sie. Einheit verloren. Was ist denn da? Ja, ich schau. Nichts. Ich kümmere dich. Ich erledige das. Moment. Ich habe den Nächster. Der Startplatz. Wohin jetzt? Es dauert nicht lange. Es dauert nicht lange. Okay. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Ich kümmere mich um. Schwäch. Oh Gott. Ich denke mal sagen, wir pflügen weiter mit den Oberlords. Da ist die Opfer der Gegner. Der Rückzug. Er ist gleich im Arsch. Und? Er ist im Arsch. Diese blöde Sau. Nichts. Ich will sie es untergeben. Nicht hin. Denn auf der General. Noch zwei Ziele. Auf sie! Auf sie, Micky Brüll. Ist das alles? Ich kümmere mich um. Okay. Halt er vielleicht ganz schön die Fetzen, gell? Ist das alles schwäch? Der noch der General. Noch ein Ziel. Noch ein Ziel. Was ist dann? Haben wir es dann geschafft, oder wie? Okay. Ob sich der Aufwand lohnt? Aber Leute. Welchen habe ich verloren? Das ist die Frage. Ich bin groß. Es wird Zeit. Ach so. Ich bin groß. Der mit dem Propagandaturm. Auf ihn doch. Da ist halt die Schüler kaputt. Ja, sag ich mal. Die holten ja gar nichts aus. Habe ich denn irgendwas zum Bombardieren? Vielleicht da hinten. Moment. Einige spielen werden. Wow, schön was da los ist. Das heißt, ich wollte nicht. Das ist da oben. Ein randomer Erf. Was braucht sie? Okay, Männer. Vorwärts. Jetzt kommt das chinesische Räumkommando. Ob sich der Aufwand lohnt? Jetzt schießt sie wieder. Attacke! Der ist gleich kaputt. Einheit verloren. Da ist das ein Idioter. Ist das alles... Schwäch. Diese Würmer. Baue ich wieder an. Feinpanzer in der Nähe. Ja gut, heftig. Top produzieren. Neun Stück, oder? Geht schon. Geh mich her da. Vorsicht. Das BW ist empfindlich. Mach mal bis jetzt runter. Sind sie so weit? Die werden sich wundern. Ich finde sie alle. Wir verteidigen Chinas Luftraum. Und wir können uns das mal... ...eine Atomraketie... ...eine Atomraketie... Wir haben große Pläne. Immer geht nicht. Hau mal denn noch irgendwas mal ausbauen. Nicke. Na gut. Hau mal nix mehr. Guck mal. Angeschnallt und bereit. Was brauchen Sie? Sind Sie so weit? So mal. Meine Kanone. Film dich mal. Und ich bin hier hingefahren. Da ist sie. Ja, da ist sie. Wir bringen Geschenke. Der Nosse General, noch ein Ziel. Der Wartner. Atomsprengköpfe bereit. So schnell sind wir nicht. Was brauchen Sie? Ja gut, wiederzugen. Die Mutter aller... Glaub sie ist, oder? XXL. Schwäch. Ja gut, im Arsch. Wir bringen Geschenke. Ich bin groß. Kommt ja schön, der Poppenhammer. Hat auch der Schüssel rausgekaut. Wow. Atomsprengköpfe bereit. Jetzt schließe ich die Herrschaften mit der Nukleärkanon erster. Hört das? Da springen sie. Und will ich springen. Ich zerquetsche sie. Mische nichts. Die Mutter meiner Waschboden brauche. Ob sich der Aufwand lohnt. Nehmen wir weg da. Eine volle. Hört das ist wie einer. Ja. Dieses Ding erstellungen, gell. Huns gemein. Aber... Es wird Zeit. Bis noch gesessen. Da die Mutter. Genau, sind geschossen. Ist das alles? Ist das alles? Ja gut, versinkt. Alles klar. Alles klar. Ich will, was ich bringe. Ich zerquetsche sie. Wir bringen Geschenke. Ein letztes Gebet. Die Mauten. Was brauchen sie? Was haben wir noch? Ich kannte ja gleich mal. Den Mauer. Hab das. Da freuen sie sich bestimmt. Ich bin groß. Ich kümmer mich. Ich kümmer mich. Ich kümmer mich. Hier, schön. Dieser blöde Selbstmordattentäter. Ich hätte sie so gedacht, gell. Oh, nicht mit mir. Ich hatte ja nur eine. Ich fuh mich doofy. Vorsicht, ich kümmer mich. Atomspringköpfe, aber ich bin groß. Es dauert nicht lange. Es wird Zeit. Wenn ich will, ich hin aus. Ja, sorge mich. Ob sich der Aufwand lohnt? Hüttenballer da. Wir bringen Geschenke. Die Mauten. Einen letzten Wunsch. Ich muss ein bisschen warten, gell. So machen ich mal Overlord. Gleich wieder Schrott. Allerdings könnte ich noch zwei Fische, oder? Das Gatling-Geschütz ist bald für uns. Ich schwöre da. Das Gatling-Geschütz ist bald für uns. Alles klar. Lautsprechertum ist bereit. Eine Nukleärkanone hat das Dingerstellung pulverisiert. Pulverisiert. Leute, der ist Dachian. Der ist schon tot. Ich bin groß. Ja, wo ist denn das? Was machst du? Maschine ist startklar. Komm, schick's euch. Greife Botentruppen an. Ja gut. Das wird Zeit. Ich sehe keine volle. Ich sehe nichts ab. Was brauchen Sie? Wohin jetzt? Wie schaut denn du aus? Wo sind wir? Diese Bastarde kennen kein Ehrgefühl. Sie haben sich in den Bergen im Nordwesten verkrochen. In den Bergen im Nordwesten? Wo? Da oben. Kein Ehrgefühl. So wie er nicht. Moment. Ist das alles? Ich erlebe das. Bisschen schärfen du. Ich erlebe das. Ich kann mal nicht davon. Ich krieg das. Die werden sich wunder. Jetzt werde ich. Wie schaut denn aus da hinten? Eine Stingerstellung. Da unten noch, gell? Bunker. Den haben wir gleich. Die Bunker, dann mal pulverisieren. Die Bunker, dann mal pulverisieren. Einer rückwärts. Die Sau schießt. Hau nicht mehr lang. Oh Gott, da unten brennen's. Im nuklearen Feuer. Herr Lars, du sein letztes Geist brauchen Sie. Ich kümmere mich. Das war das Düngerstellung, oder? Die haben wir weghaut. Gehnt rückdick. Atomsprenge verhörern. Ich zerquetsche sie. Die bauen schon wieder. Die Mutter, Anleinlass ist in der Sorte, dann denkbar in der Tat. Wir verteidigen Chinas Luftraum. Jetzt schicke ich mal meine Bombe um mich. Wahrscheinlich schießen sie es gleich wieder rüber. Maschine ist startklar. Die werden sich wundern. Ich bin groß. Moment. Ich ziehe mich nicht. Der Bunker, der muss weg. Die Frau, der Unfug treibt. Ist das alles? Das war die höchste, du wehr. Mir nicht. Ich hätte ich meine, der Bombe hat mir treff. War leider nicht so. Das wird schick genommen, ey. Meine Bombe um mich. Wo wollen sie? Da bleiben. Es dauert nicht lange. Die Mutter allerletzten Wunsch. Herr leist du Sonnen. Nichts, nichts mehr. Und? Der ist weg jetzt. Noch nicht ganz. Ist das alles? Schwäch. So, mein. Geben die Herrschaften mehr auf, oder wie? Wir haben die Terroristen pulverisiert. Die werden sich wundern. Okay. Wir haben heute die letzten Ziele zerstört. In der nächsten Folge erwartet uns das Finale von der Hauptkampagne. Bis dann. Und Servus. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.